Hallo, mein Name ist Alissa und ich bin biomedizinische Analytikerin vom Beruf. Ich arbeite im Zentrallabor im Donauspital, wo ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für den Nachweis des Coronavirus mittels PCR zuständig bin. Es handelt sich dabei um ein Testverfahren, welches in etwa drei bis vier Stunden in Anspruch nimmt. Die Probenvorbereitung erfolgt unter einer speziellen Werkbank, welche für uns die größtmögliche Sicherheit vor einer Ansteckung bietet. Zusätzlich tragen wir auch noch eine Schutzausrüstung, bestehend aus einer Schutzbrille, einer Schutzmaske, Handschuhen und einem Einweggittel. Meine Tätigkeit hat sich durch das Coronavirus insofern verändert, indem ich vom humangenetischen Labor abgezogen wurde und jetzt täglich für die Corona-Diagnostik zuständig bin. Damit wir eine größtmögliche Anzahl an Tests durchführen können, bin ich auch am Wochenende im Dienst. Bitte unterstützt meine Kollegen und Kolleginnen und mich bei unserer Arbeit, indem ihr daheim bleibt und gesund bleibt. Nur gemeinsam schaffen wir es, diese Krise zu meistern. Danke!